Weißt du, wer mich die ganze Zeit aufgeregt hat, als ich die anderen Folgen schon ready gemacht habe? Das hier. Kann ich das nicht einmal hier... So. Das ist nämlich nicht mittig gewesen. Das ist jetzt mittig, jetzt ist es soweit rechts. Was ist denn das? Ach, verdammt, ist auch egal. Jochen! Ich bin zu den Bergen gekommen. Das freut mich. Ich bin auch zu den Bergen. Ah, ja. Was haben wir denn hier? TM 71 Stein Kande. TM 71. Das können was für unsere Gano-Beals sein. Hör mal. Ich kenne Steinkante, ehrlich gesagt, gerade nicht. Nein, ich will nicht auf Pro-Kamon. Ich will auf Beutel. Und ich will... Steinkante. Ja, definitiv möchte ich diese Attacke Gano-Wil geben. Ja. Oder Stuthelm. Nein, Stuthelm kann es nicht lernen. Egal. Okay. Ja. Steinkante weg. Und ich glaube, Sandwirbel mache ich weg, oder? Bis gewiss halbes Folterknecht entzündet das Ziel und wiederholten Einsatz derselben Attacke zu verhindern. Und das macht die Genauigkeit nach einer, ne? Weil Folterknecht wegkommt. Haben wir zwei Boden, zwei Unlicht. Oh Gott, mein Hintern, ne? Es geht wieder los hier. Mein Hintern. Mein Oberschenkel. Oberschenkelmuskeln. Steinkante. Das war jetzt ein Glücksfall, ne? Also, ich würde ganz gerne noch mehr... Warte, was haben wir denn noch für TMs bisher? Nein. Nein. Je unbeliebter der Trainer bei seinem Pokémon, desto größer ist die Viacom. Hahaha. Uh. Aber Stuthelm liebt mich. Also, von daher... Du bist der einzige Streamer, den ich follow, der kein Teamfight-Tactic-Stream. Was ist das denn? Vielen Dank. Ey, warte. Das war kein Kompliment. Das war einfach nur eine Tatsache, ne? Ja, das... Ich habe keine Ahnung, was das andere ist. Aber es scheint mich auch nicht zu interessieren. Sonst wüsste ich das ja wohl schon. Okay. Ja, komm. Einmal gehen wir neu hier. Einmal zum Pokémon Sentarou. Ach, das ist ja... Leak of Legend. Oh Gott, das will... Nee, komm. Die TMs bauen sich bei Schwarz 2 nicht auf. Ja, finde ich gut. Das ist ja auch in den neueren Pokémon-Teilen. Ich bin da jetzt auch einfach mal von ausgegangen. Und im Endeffekt, dann ist es halt weg, wenn es weg ist. Oh, dann ist es halt halt so. Da müssen wir halt nur aufpassen, weil wir nicht aus Versehen die Attacke überschreiben. Aber die TMs, wie ihr schon sagtest, ist am Stehis. Kampfelzwerg. Vielen Dank für deinen Twitch-Primus-Sub. Es ist sehr nett von dir, dass du mir deinen Prime-Sub gibst. Das freut mich sehr. Oh, was ist er denn? Green... Wittja. Habe ich so ein Problem, das auszusprechen? Green Wittja. Green Wittja. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Habe ich jetzt alle Arbeiter im Kampf ermutigt? Weil Verlieren ist sehr ermutigend für andere Menschen. Habt ihr schon hydriert, Leute? Habt ihr jetzt schon hydriert? So, sag mal hier. Habe ich alle gefunden. Du hast ja tatsächlich schon erledigt. Hier ein kleines Dankeschön. Zertrümmer! Ach, nee, Laber... Hä, warte, eine TM? Wieso ist... Zertrümmerer? Es ist doch eine VM, oder ist es hier keine... Steinbrechner-Attacke, die den Verteidigungswert des Ziels senken kann? Es ist in der Tat... Kein... Okay, warte mal. Wer ist da denn? Da muss ich hin. Was ist mit euch hier? Gib mir auch was. Gib mir was. Gib mir, gib mir was. Du hast ja ein Pokédex! Ja! Ähm... Habitatsliste. Ist mir doch egal. Lass mich. Kämpfe... Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ach, ist doch egal. Die werde ich schon... Die werde ich schon knallig machen da. Die gehöre, Alter. Aber was können... Kann die schon stolun? Ja, oh. Das ist in der Tat nicht so schlecht, ne? Schnuthelm wird es aber schon erledigen. Guck mal, der ist auch aus Stahl. Ein Helm aus Stahl. Lehmschelle. Ah, kein Problem für Schnuthelm. Easy Game. Happy Po. Ja, man... Ich weiß nicht, ob man mich hier öffnet. Schlagen! Hab ich schon... Oh. Oh, jetzt kamen mir aber ganz schön viele... Ich hab acht Updicks verfügbar. Und schlagen einmal. Hä? Lol. Ach, du hast nochmal... Die ist gerade seitens geht an deine Lieber... Die Klimaanlage. Damit die auch mal ein bisschen runterkühlt. Ich danke dir. Im Prinzip kann ich auch gleich mal die Klimaanlage wieder starten. Weil die hab ich ja ausgemacht. Weil die zu heiß war. Ähm. Machen wir mal Säure. Geht das überhaupt? Ja, ich wusste es. Ich hab's mir schon gedacht. Warum hab ich's dann trotzdem gemacht? Ähm. Ne, vielen Dank, Cidi. Für dein... Für deine weitere Donation, muss man ja schon sagen. Geiler Typ. Äh, das bringt halt original gar nichts. Schnuthelm, du bist echt ein kleiner Versager. Dich... Dich müsste man auch richtig ausbilden. Ich mein, du steckst schon ordentlich ein. Also zumindest, wenn das richtige Pokémon da ist. Stahl! Äh... Was ist Methodos überhaupt für ein Typ? Wir können mal wieder... Wobei, hier. Stahl und... Ich glaub... Ähm... Wie heißt der nicht? Stein. Wie komm ich denn auf Stein, Alter? Gehstein. Ich glaub, Gehstein wird ganz gut funktionieren. Deswegen machen wir mal ne Runde Walzer. Wir tanzen, wir tanzen, wir tanzen. Ich glaub, es ist sehr effektiv, oder? Nein, es ist genau im Gegend. Oh, nein. Oh, das war ein Fehler. Egal. Es war schon öfter nicht sehr effektiv. Und dennoch hat Methodos einfach... Den Gegner in Grund und Boden getanzt. Na. Methodos. Scheiße, ey. Mein Wasser ist übrigens leer. Das heißt, die ersten 500 Milliliter hab ich schon getrunken. Ich hoffe, ihr hydriert auch reichlich. Naja, immerhin können wir jetzt... Raus aus dem Spaß. Äh... Machen wir mal die Psy-Welle. Ich... Ich glaub, das bringt nicht... Oh, leck mich doch im Arsch. Äh... Äh... Machen wir mal ein bisschen Elektro. So. Komm schon. Herdner. Mh-mh-mh-mh-mh-mh. Donnerchock. Hau rein. Was war denn gut gegen... Stahl? Also Elektro offenbar normal. Aber... Es ist paralysiert. Hau rein. Ciao. Tackle ins Gesetz. Das bringt halt überhaupt nichts. Was bin ich für ein Vollidiot. Na ja, gut. Das hätt ich mir jetzt ersparen können. Ähm... Dann haben wir nochmal Donner-Schock hier. Okidoki. Wunderbar. Die Göre haben wir. Äh... Ich hab dir das Früchtchen gelernt. Gegen Stahl ist Kampf, Boden, Feuer. Ich wusste... Ich wusste ja weder Boden oder Gestein. Ich verwechsel das immer wieder. Aber warum... Aber warum... Ist die Banane krumm? Komm ich da durch? Ok, dann muss ich so machen. Und das ist hier das böse hohe Gras. Aber hier ist irgend so ein Heine. Wer mag jetzt auf uns warten? Ok. Sneebel und... Ne, Sneebuna. Oh. Und Kani Mani. Ja... Gut. Scheiße. Sie waren dann... Ja, weiß ich nicht. Machen wir beide hier. Ich werde sterben. Aber ganz im Ernst. Ist mir gerade echt egal. So weiter. Was haben wir hier... Was habe ich jetzt gemacht? Züwelle. Machen wir mal. Ah, Sneebuna ist doch bestimmt auch psychisch, oder? Dann kann ich nochmal zurückgehen. Dann mache ich lieber... Blutsauger auf Sibuna. Und ich mache... Züwelle auf Kani Mani. Ah, ne. Es ist nur ein Licht. Pokémon 1. Ah. Naja, egal. Es war ganz... Es war... Es war knapp. Also... Es... Es war... Eis und Unlicht. Tja. Aber trotzdem ist... Schnudhelm sehr effektiv. Dürfen wir nicht vergessen. Wenn es denn jetzt noch... Ähm... Nice wäre. So. Machen wir weiter. Sneebuna. Und hier... Hauen wir mal einen Donner... Donner-Schock. Schocki, Schocki auf den... Ja gut. Der Kanimani sollte hin sein. Aha. Ich habe auf jeden Fall... zwei Likes auf mein Bild gekriegt... von vorhin. Bei Instagram. Geil, ey. So. Schnudhelm kassiert wieder... ordentlich raus. Zieht ihr mal die... die... die KP da raus. Ja. Guck mal. Halbes Leben schon. Schnudhelm... macht sich gut, ne. Stellt euch mal vor... wir hätten jetzt noch... andere Käferattacken. Was war das... für eine krasse Geschichte. Bitte. Alles gekaufte Likes. Das tut weh. Das... Jetzt blutet mein Herz. Im übertragenen Sinne. Ich bin... Also so schlimm ist es nicht. So. Rausgezogen... und... umgenietet. Ich hoffe... das gibt jetzt hier... eine schöne Portion EP. 157. Das ist ein Level ab. Komm schon. Bitte. 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 Gib mir irgendwas. Gib mir irgendwas. Immer noch nichts. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Rohöl wird durch eine... durch die Einwirkung von hohem Druck und seine Bestände aufgeteilt. Das ist es, was in einem Distillation schon vorhanden... Okay. Gib mir was. Okay. Ciao. Okay. Nichts, was mich noch töten will? Verdammt. Dammit. Ich... Ah, es ist nur ein Charmian. Okay. Schnuthelm macht das schon. Charmian ist ein Normal-Pokémon, oder? Dann gibt es eine Runde Säure. La 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 la. Säure. Säure. Leider keine Vergiftung. Säure. Säure. Vielleicht mache ich gleich auch den Saugemann. Der Saugemann. Der Saugemann. Das wäre toll. Warum kann der nicht Megasauger oder sowas? Das wäre so geil. Warum muss der wirklich die jämmerlichste Form von... Oder Megasauger sogar Pflanze? Das weiß ich nicht. Aber Blutsauger ist ja wirklich... nicht so gut. Okay, geil. Hauen wir nochmal hier. So. Und dann ist es halt auch erledigt. Ach. Eieieieiei. Zack. Puh. Es hat eigentlich schon dunkel draußen. Nee, es ist immer noch hell. Das gab ganze 85 EP-Freunde. Was für eine Welt, in der wir hier leben. Okay, ich denke, hier haben wir so gut wie alles gesehen. Kann auch sein, dass ich mich wieder irre. Warte mal, ich glaube, hier war wieder irgendwas, was ich übersehen habe. Hier. Hier ist auch wieder bestimmt irgendwas. Okay. Wir brauchen definitiv Zerschneider. Weiß der Geier, wo wir Zerschneider herkriegen. Das Problem ist allerdings, was mir gerade mal so einfällt, wenn wir Zerschneider von irgendeiner Person kriegen, dann kann es sein, dass wir... ...nie und nimmer Zerschneider kriegen. Weil es auch... ...random ist. Aber vielleicht habe ich ja Glück. So, kurz heile, heile. Heile, heile, Segen. Ich mag es zu segen. Zack, zack. Okay. Ich würde sagen, wir schnappen uns ein paar Tränke. Kaufi, Kaufi. Soupi, Tranki. Ist toi, 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 ne? Ja, aber Soupi, Tranki. Nein, ich möchte nicht nur einen Trank kaufen. Nein, ich möchte nicht nur einen Trank kaufen. Boah, Alter, sechs Tränke. Wie wenig Kohle habe ich denn? Na gut, egal. Komm. Schön auf den Nacken hier. Auf den Nacken von... ...Kack-Trainer, die wir alle besiegt haben. Seid ihr noch wach? Hallo. Hallo, existiert ihr noch? In dieser Welt? Dieses Kugmada sieht seit seiner Geburt... Ne. Ach, ist doch egal. An seiner Geburt. Ach so. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt tatsächlich die Arena erst machen muss. Ich weiß auch nicht mehr, wo die Arena war. Wo war das denn nochmal? Das war... ...so ein Konzertraum, ne? Das sah aus wie ein Bordell. Ich glaube, das war es. Hier war ich auch schon drin. La, 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 la. Mikas Giftattacken sind sehr wirksam. Ich bin mir ziemlich sicher, die hat keine... Oh. Oh, das ist aber nett. Na gut, wir wissen ja nicht, was für Pokémon die alte hat. Das kann sein, dass die dreimal Karpador hat. Ist alles möglich. Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist. Aber wir schnappen uns jetzt... ...mal... Oh, das ist ja... Tü, 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 tü. Ich bin Tontechniker. Oh. Okay, ich dachte, das wäre schon der erste Trainer. Schlagen! Huch! Nochmal schlagen. Alter, hat der CD schon wieder rausgehauen? Und nochmal. Aber dieses Mal für das legendäre Fruchtzwerge-Selbstmache-Eis. Junge. Ey, du bist einfach der Supporter von Eis her, ne? Mit deinem Money kann ich jetzt nur so viel Eis kaufen. Vielen, vielen Dank. Was ist denn das für eine Arena, Alter? Metal-Leute. Es ist zu laut. Ich verstehe kein Wort, Jochen. Ich kann selbst... Ich kann ich selbst sein, wenn ich auf meiner Gitarre oder... Ach so. Ach so, ich muss... Ah. Ich verstehe. Ich muss erst die Band ausschalten. Damit es leiser wird. Macht schon Sinn. Wie soll ich auf jeden Fall Pokémon da können wir es mit aufnehmen? Ah, noch lache ich. Ja, ich weiß. Hm. Okay. Ich würde sagen... Ich glaube, wie so ist auch ein normal Pokémon. Machen wir einfach Blutsauger. Was anderes kann es schnudeln wir auch nicht. Ja gut, jetzt schnudeln könnte noch Säure oder sich selber verletzen. Aber... Ach, scheiße. Kein Katzfugel. Hör auf. Hör auf. Nicht auf den Helm. Der Helm ist ganz fresh. Machen wir mal Säure. Vergiftet, 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 vergiftet. Ach, scheiße. Wieso ist die Wahrscheinlichkeit so gering, dass ich vergifte? Das verstehe ich nicht. Ja, wobei wenigstens Blutsauger, aber dann kriege ich noch... ...die KP, die er verliert. Gut geschrieben. Und dann kann er von mir aus Kratztruhe machen, bis der Arzt kommt. Nee, das war nicht ernst gemeint. Du hast keine Chance gegen Schnudthelm. Hast du gesehen, wie er sich eingeschlossen hat? Und es ist das unmögliche, Schnudthelm in seiner krassen Form zu besiegen. Hör auf mit Kratztruhe, Mann. Lass es. Schnudthelm, Blutsauger. Jetzt Volltreffer, komm. Shit. Das wird knapp. Gesichte? Ah, okay. Er hat mich erkannt. Er ist es. Ich hab's gewusst. Tschüss, ne? Ich überschütte dich mit Säure. Wie man das so macht in einem guten Kampf. Schön fair bleiben, Leute. Nido King. Hahaha. Scheiße. Scheiße. Nido King ist... ...Kampf... ...Boden-Pokémon. Oh, ich hab's nicht vor Augen, Mann. Ich seh nur diese lilane Farbe und Ding am Psycho. Das kann ja nicht sein. Ich mach mal Garnowil. Ne, Amy? Bis gegen Garnowil? Garnowil ist ein Schnieschner-Schnappi. Hallo. Was hast du? Möchtest du ein bisschen mehr Platz haben? Dann geb ich dir ein bisschen. Dann kannst du dich hinlegen. Ach, die Katze ist so verwirrt, seitdem Jesse weg ist. Oh ja, ich hab ja Steinkante. Komm, wir machen mal Steinkante. Hallo. Hallo, mein Schatz. Die möchte kuscheln. Ich muss Amy mal kurz ein bisschen kuscheln. Ja, das hat echt viel geholfen. Toll. Also Boden ist nicht der Place-to-Be. So was man mit Unlicht. La 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 la. Gift, toll. Ah, es ist ein Gift-Pokémon. Tada. Wieder was dazu gelennen. Na ja, dann vergiftet mal mein Garnowil. Schnabel? Das ist wie eine Flugattacke. Das wird doch nicht mal ein Schnabel. Na, komm. Oh, oh. Okay. Ciao, Garnowil. War schön mit dir. Es ist sehr effektiv. Sehr effektiv. Okay, dann würde ich sagen, Schnuthelm. It's your time to shine. Bitte hab ne höhere Initiative. Scheiße. Fuck, Alter. Das wär der Shit gewesen. Überlebt das. Schnuthelm. Er hat's überlebt. Als ob er das überlebt hat. Oh mein Gott, Schnuti. Oh nein, er hat's nicht geschafft. Oh nein, er hat's nicht geschafft. Okay, das ist mir wert, Alter. Das ist mir der Super-Tank wert. Das ist mir... Was ist denn das hier? Ein Zehn. Ne, das ist mir zu unsicher. Der Super-Tank. So viel. Der hat noch nicht mal so viel. Ach, so egal. Super-Tank. Ab geht's, Alter. Schnuthelm wird die EP kriegen. Da kannst du so viel treten, wie du willst. Schnuthelm ist Bay. Schnuthelm ist Bay. Guck dir, wie das Nido-King einfach zerstört wurde von meinem Schnuthelm. Ja, Schnuthelm ist vergift, ist mir doch egal. Ja, wird gleich geheilt und ist gut. Aber das gibt einfach fast 900 fucking EP, Alter. Level 16. Gib mir eine Attacke. Käfertutz. Was ist das? Oh mein Gott. Anwender leistet Widerstand und greift an. Der Spezialangriff, der Ziel sinkt. Naja, gut. Ich wollte eine Käferattacke. Jetzt habe ich eine Käferattacke. Jetzt können wir hier... Keine Ahnung. Fluch ist scheiße. Will ich nicht. Weg damit. Okay. Ab geht's. Ab geht's, ab geht's, ab geht's. Marcel, du müsstest doch Aquaplaning an deiner Anuskrone... Anuskrone, ey. Alter, Alter. Ich nutze mal das geile Feature und gehe einfach während ich die Arena mache, einfach raus und heile meine Pokémon, weil ich cool bin. Äh, naja, es geht tatsächlich. Also wie gesagt, ich habe mich mit der Hitze einfach abgefunden. Das Schöne ist halt, dass ich mich... Also ich weiß nicht... Ach, Mausi. Möchtest du mal ein bisschen hier? Hm? Möchtest du ein bisschen spielen? Ist alles gut? Maus. Sie will einfach alles umschmeißen. Sie ist ein Kätzchen. Boah, was wir machen können, ist eine Amy-Cam. Warte mal. Tö-dö-dö-dö-dö. Videoaufnahmegerät. 10,920, das bin ich. Kuckuck. So. Jetzt nehmen wir die Cam. Jetzt ist die Katze weg. Egal. Falls die wiederkommt... Jetzt kann man die dann hier sehen. Hoffentlich. Das wäre doch abgefahren, oder? Das wäre ja richtig niedlich. Ich hoffe, das klappt. Macht einfach einen Hinweis, wenn wirklich eine Katze zu sehen ist, da oben in der Ecke. Dann ist jetzt die ganze Zeit erstmal nur ein Stuhl. Oder ich blende es ein. Ich merke, wenn die Katze da wieder liegt. Das stört doch nur. So. Ach ja, ich wollte Pokemons heilen, ne? Die Podels. Ja, in der Tat. Also, ein Schnuthelm zu trainieren ist nicht so einfach, wie es sich im ersten Moment anhört. Die Epicness ist einfach... Ja, sie ist da. Aber die muss erst rausgekitzelt werden. Es ist so warm, ne? Ist das hier eigentlich auch noch warm? Was für Temperaturen sind da bei euch gerade am Start? Also, draußen. Ich kann ja mal bei mir gucken, wie es aktuell aussieht. Wo gehe ich da gerade hin? Der Wetter. 27 Grad draußen. Nice. dafür, dass wir immer noch 33 Grad drin sind, ist das schon echt ärgerlich. Das wird nicht einfacher mit dem Schnuthelm. Äh, sorry. Das wollen wir ja mal sehen. Wo bin ich denn hier gelandet? Oh, hier war ich doch schon.